Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt in ein weiteres EA Sports WRC Video und es geht natürlich wieder mal, worum sollte es anderes gehen, um ein Update und dazu haben EA Sports oder Codemasters über die offiziellen Kanäle etwas uns mitgeteilt und zwar, dass man ja den Fehler gefunden hat, warum der Karrieremodus bei gefühlt nahezu jedem abstürzt, wenn man ihn jetzt spielen möchte. Also das letzte Update 1.4 hat ja diesen Modus wirklich zerstört, auch mir ist das am Anfang gar nicht aufgefallen, weil ich den Modus zuletzt nicht wirklich viel gespielt hatte, sondern eben in den Online-Clubs unterwegs gewesen bin und habe mir das dann erst durch euch auf meinem Kanal quasi in den Kommentaren sagen lassen und habe dann festgestellt, jo, tatsächlich auch bei mir funktioniert er nicht mehr. Also sobald man den Spielstand lädt und dann zum Beispiel auf den Kalender klickt, stößt das Spiel sofort ab und man landet wieder auf dem Konsolenbildschirm und das scheint sowohl auf der Playstation als auch auf der Xbox als auch auf dem PC zu passieren und es scheint mehr oder weniger in allen möglichen Konstellationen zu passieren und was der Entwickler uns jetzt also mitgeteilt hat, ist, dass man dem Fehler sozusagen auf der Spur ist, dass mehr oder weniger schon ja größtenteils herausgefunden hat, woran das liegt. Das hat wohl irgendwie mit den Bedingungen zu tun, die die Sponsoren von einem fordern, die ja zufällig in jeder Saison für jeden unterschiedlich aufgestellt werden und dass die Fehlerbehebung aber durchaus ein bisschen länger dauert, weil es einfach so viele verschiedene Konstellationen gibt. Das heißt nicht nur in welcher Saison man sich befindet, macht dann auch einen Unterschied, sondern in welcher Karrierestufe. Also fährt man noch JWRC oder ist man schon in der WRC unterwegs. Genauso ist es dann eben wichtig, was hat man vielleicht für Bedingungen und Voraussetzungen vom Sponsor bekommen und das müssen sie jetzt alles eben evaluieren und wollen das vernünftig patchen, um nicht nochmal so einen Fehler zu machen wie mit dem letzten Update, denn da ist das ganze ja dann überhaupt erst passiert. Das heißt, da hat man irgendwie nicht so richtig aufgepasst und diesen Fehler will man nicht wiederholen, was ja eigentlich lobenswert ist. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist aber, dass man eben an diesem Hotfix zwar arbeitet, aber noch nicht versprechen kann, den sehr zügig zu veröffentlichen und aktuell angepeilt ist, diesen Fix im Januar, Mitte Januar zu veröffentlichen. Bedeutet aller Voraussicht nach noch drei, vielleicht vier Wochen wird das ganze dauern, bis wir diesen Patch oder Hotfix erhalten. Und das auch natürlich nur, wenn alles reibungslos weiterläuft, denn das ist halt dieses Ziel, das bis Mitte Januar hinzukriegen und Mitte Januar ist ja auch weit gefächert, das kann vieles bedeuten, aber natürlich kann da auch was dazwischen kommen und nachher wird es Ende Januar. Das heißt, stellt euch realistisch auf drei bis vier Wochen ein, es könnten aber auch durchaus am Ende noch fünf oder sechs Wochen sogar sein. Das ist also eine ordentliche Dauer und dementsprechend für all diejenigen, die nicht mehr länger warten wollen, es ist natürlich eine Option zu sagen, na gut, dann warte ich nicht. Ich war auch vielleicht erst in der zweiten Saison, ich starte einfach eine neue Karriere, denn neue Karrieren sollten davon nicht betroffen sein. Das heißt, das wäre vielleicht eine Alternative. Ich persönlich habe auch mit dem Gedanken gespielt, aber es gibt einen entscheidenden Grund, warum ich das nicht gemacht habe bisher und wohl auch nicht machen werde, bis dieses neue Update dann eben erscheint. Denn gleichzeitig hat man offenbar auch herausgefunden, was diese Problematik verursacht mit der inkonsistenten AI im unter anderem Karriere-Modus oder eben auch im Championship-Modus, ist kurz davor, das mehr oder weniger auch schon zu beheben und plant dann eben mit dem nächsten Update, dieser soll ja diesen Karriere-Modus dann reparieren und darin soll dann eben auch dieser KI-Performance-Fehler sozusagen behoben werden. Das bedeutet, wenn dieses Update dann hoffentlich Mitte Januar erscheint, behebt es nicht nur den kaputten Karriere-Modus, sondern im Optimalfall funktioniert der Karriere-Modus besser denn je, weil man dann endlich eine funktionierende KI hat. Und das ist für mich der Grund zu sagen, na dann warte ich ja noch bis Mitte Januar voraussichtlich, weil ja jetzt die Karriere nochmal neu starten, bringt mir in der Hinsicht nicht viel, weil trotzdem machen die Events ja nicht so viel Spaß, wie sie machen sollen, weil die KI halt einfach kacke ist, muss man einfach sagen. Und wenn das dann behoben werden sollte, ja dann eröffnen sich ganz neue Wege für mich im Karriere-Modus. Von daher bin ich gewillt auch durchaus noch ein bisschen zu warten und die Zeit in eSports WRC einfach über den Online-Modus reinzustecken. Ob bzw. wann es dann der Fall sein wird, finden wir hoffentlich auch schon in den nächsten Wochen heraus. Und sobald wir genauere Infos haben über das Update, werde ich natürlich ein Video dazu machen und werde dann natürlich auch gerne in einem Video dieses Update nochmal testen und euch dann auch sagen, wurden diese Fehler nun behoben oder nicht. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal noch einen schönen Tag und falls wir uns in anderen Videos nicht mehr hören, dann wünsche ich euch auch ein frohes Weihnachtsfest. Bis bald!